Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, die heutige Leinwand ist mit den Farben der Transformation gemalt und fordert dich auf, bestimmte Laster aufzugeben, die einen Schatten auf dein Wohlbefinden geworfen haben. Der Schlüssel zur Entfaltung deines Potenzials liegt in der Einsicht, dass diese Gewohnheiten, die dich fest im Griff haben, deine vollständige Kontrolle über dein Leben untergraben. Stelle dich dieser Wahrheit ohne Widerstand, indem du die Koexistenz mit diesen Elementen akzeptierst und dich weigerst, ihnen deine Macht zu überlassen. Auf diese Weise ebnest du den Weg für ein kraftvolleres Leben. Die aktuelle kosmische Ausrichtung stärkt dein Gefühl der Ermächtigung und erfüllt deinen Aufstieg mit starken Emotionen. Diese Welle der Begeisterung passt perfekt zu deiner natürlichen Intensität und ebnet dir den Weg, spielerisch mit anderen zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Nutze die Gelegenheit, unter Freunden in den Kern von Diskussionen einzutauchen, um Lachen und Kameradschaft zu finden. Erlaube deiner Verletzlichkeit, an die Oberfläche zu kommen und fördere so eine tiefe Wertschätzung für die Bande der Freundschaft. Wir empfehlen dir, dich körperlich zu betätigen, denn das erleichtert die Verteilung dieser überschwänglichen Energie in deinem Körper und trägt zu einem ausgeglichenen und harmonischen Zustand bei. In der Auseinandersetzung zwischen deinen Gedanken und Handlungen könntest du feststellen, dass du Energie in entgegengesetzte Richtungen verbrauchst. Der innere Konflikt, mit dem du zu kämpfen hast, führt oft zu einem zermürbenden Kampf. Um dich aus diesem Kreislauf zu befreien, musst du einen Schritt zurücktreten und eine neue Perspektive gewinnen. Indem du dich von deinem inneren Kampf löst, kannst du deinen Fokus und deine Energie auf produktive Bemühungen lenken und deine Gedanken und Handlungen harmonisch aufeinander abstimmen. Bevor du dich auf romantische Gespräche mit anderen einlässt, ist es ratsam, einen Dialog mit deinem Inneren selbst zu beginnen. Die himmlische Energie ermutigt dich, dich auf eine Reise der Selbstreflexion zu begeben und die komplizierten Schichten deines Wesens zu ergründen. Finde heraus, auf welche Weise Selbstabwertung dein Selbstvertrauen geschwächt hat und dadurch tiefere Beziehungen zu anderen behindert hat. Nutze diese Gelegenheit, um deine Beziehung zu dir selbst zu verbessern. Wenn du dir selbst die Chance zur Heilung gibst, lädst du unweigerlich auch andere ein, sich dir anzunehren. Die kosmischen Offenbarungen des Tages ebnen den Weg für die Entfaltung eines emotionalen Wandteppichs und laden zu tiefgreifenden Erfahrungen ein, die zu Tränen führen können. Diese Tränen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern stehen für die Tiefe deiner Gefühle und die Echtheit deiner Verbindungen. Egal, ob es sich um ein herzerwärmendes Wiedersehen, eine rührende Reise in die Vergangenheit oder eine neu entdeckte Wertschätzung der Schönheit der Welt handelt, genieße diese Emotionen, während sie durch dein Wesen strömen. So wie der Regen die Erde nähert, nähren deine Tränen deine Seele und fördern das Wachstum und Gedeihen in der vielfältigen Landschaft der Gefühle. Wenn der Mond im Krebs steht, rücken die Gefühle in den Vordergrund und verstärken deine empathischen Fähigkeiten. Diese Ausrichtung ermöglicht es dir, die Gefühle anderer lebendiger wahrzunehmen und tiefere Einblicke in ihre Perspektive zu gewinnen. Unter diesem kosmischen Einfluss besteht auch das Potenzial für intensive und lebhafte Träume. Halte ein Tagebuch oder ein elektronisches Gerät in der Nähe, wenn du schläfst, um die Essenz dieser nächtlichen Reisen festzuhalten. Achte auf Synchronicitäten, die dir wertvolle Erkenntnisse oder sogar Voranungen für deinen weiteren Weg liefern können. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Stäbe steht für Action, Abenteuer und eine kühne und leidenschaftliche Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Stäbe spüren kannst, die ein starkes Verlangen nach Aktion und einen Sinn für Abenteuer beinhaltet. Es bedeutet, dass du deine Ziele mit Begeisterung verfolgen und kühne Schritte in Richtung deiner Träume machen solltest. Der Ritter der Stäbe ermutigt dich, spontan zu sein und bei deinen Unternehmungen die Initiative zu ergreifen. Er erinnert dich daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und den Geist der Erkundung anzunehmen. Diese Karte lädt dich dazu ein, deinen Leidenschaften zu folgen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Zusammen mit dem Ritter der Stäbe haben wir die hohe Priesterin. Diese Karte steht für Intuition, innere Weisheit und eine Verbindung zum Unterbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Intuition anzapfen und nach Antworten aus deinem Inneren suchen musst. Die hohe Priesterin lädt dich ein, auf deine innere Stimme zu hören und deinen Instinkten zu vertrauen. Sie erinnert dich daran, auf deine Träume und Gefühle zu achten, denn sie können wertvolle Erkenntnisse enthalten. Diese Karte steht für eine Zeit des spirituellen Wachstums und das Potenzial für tiefes Verständnis. Der Ritter der Stäbe und die hohe Priesterin bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Stäbe betont Action und Abenteuer, während die hohe Priesterin die Bedeutung von Intuition und innerer Weisheit hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du dich mutig für deine Ziele einsetzt und deinen Leidenschaften folgst. Sei spontan und vertraue auf deine Fähigkeiten, während du neue Erfahrungen und Möglichkeiten ergreifst. Gleichzeitig verkörpere die Energie der hohe Priesterin, indem du deine Intuition und innere Weisheit anzapfst. Vertraue auf deine Instinkte und suche nach Antworten aus deinem Inneren. Achte auf deine Träume und Gefühle, denn sie können dir wertvolle Einsichten vermitteln. Diese Lesung steht für einen Tag der Aktion, der Intuition und des spirituellen Wachstums. Mach dir die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du mutige Schritte in Richtung deiner Träume unternimmst. Nutze die transformativen Qualitäten der hohe Priesterin, wenn du auf deine innere Stimme hörst und nach einem tieferen Verständnis suchst. Denke daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Vertraue auf deine Intuition und innere Weisheit, wenn du durch den Tag gehst. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Stäbe und der hohe Priesterin kombinierst, kannst du den Tag mit Enthusiasmus, Intuition und dem Potenzial für sinnvolles Wachstum und Erkundung angehen.